Lohanna, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Hanna, wie war denn bald? Es war dunkel. Versuch mal, dich zu erinnern. Du und deine Mutter, ihr seid für irgendwas weggelaufen. Wie heißt deine Mama? Lena. Ist das denn weit weg, euer Haus? Das kann ich nicht sagen. Hat dein Papa mal was gemacht, was du irgendwie doof fandest? Nein. Oder was deine Mama doof fand? Sie wollte aus Versehen Papa mitbringen. Er ist sein P Und wenn du dein jemanden hast, du sagte die Mama. Das kann nicht, du nicht da weg. Vielen Dank.